Musik Großvater, ist alles in Ordnung mit dir? Naja, ich bin nur traurig wegen Saro. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Früher dachte ich, er und ich, wir würden immer zusammen Geschichten erzählen. Ach, aber das ist wirklich schon sehr lange her. Ich weiß noch wie. Es früher war, alles war noch ganz wunderbar. Man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Doch irgendwann ist es zu spät. Ich denke an dran zurück. Erinnere mich ans große Glück. Und auch, wenn es mal traurig war. Ich denke auch daran zurück. Ich erinnere mich. Ja. 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 Ja.